So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich hatte ich ja ganz andere Pläne für heute, habe ich gestern schon gesagt, musste was verschieben, was gestern kommen sollte auf heute, heute muss ich es verschieben, aber auf morgen, übermorgen, denn gestern, wurden News zum GO-Fest angekündigt. Wir wissen jetzt Sachen über das Globale, auch über die drei Städte, die ganzen Daten, alles ist bekannt, gestern gingen auch schon die Tickets in den Vorverkauf, gerade für das Globale. Gab auch schon wieder ein Problem, dazu aber gleich mehr. Das ist eine Übersicht, die möchte ich euch ganz kurz zeigen, denn es ist wieder mal keine deutsche Stadt dabei, es gibt ja immer was auf dem asiatischen Kontinent, das ist diesmal Sendai im Nanakita Park. Es gibt was auf dem europäischen Kontinent, das war beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, London, genau in London waren sie letztes Mal, diesmal sind sie in Madrid. Mit Deutschland ist leider nicht dabei, sonst wären wir vielleicht da hin, mal gucken, aber bin ich ganz froh drum, habe ich weniger Stress. New York ist die Stadt, die für Amerika gewählt wurde, eigentlich war das irgendwie mit Kanada was, Nordamerika, Kanada ist schon geleakt, hier alle haben sich drauf gestürzt. Nee, es ist New York, also wurden die Leute wieder an der Nase herumgeführt. Ihr seht hier, 30. Mai geht das Ganze jetzt schon los, hier 14. Juni, 5. Juli und als letztes dann 13. und 14. Juli das globale Go-Fest, was wohl für die meisten am interessantesten ist. Denn das könnt ihr ja wieder überall spielen, wo ihr gerade seid. Und dafür gibt es auch ein Ticket und da ist das Ticket auch an sich am günstigsten. So, wenn wir ganz kurz aber mal hier drauf schauen, sehen wir, dass in diesen Parks diese Vor-Ort-Go-Feste Rotom am Start ist. Das Icognito-Fragezeichen ist am Start, wohl in Shiny. Das Rotom-Waschmaschine wird auch Shiny sein, so wie es hier aussieht. Und in Sendai gibt es hier Emolga-Shiny, in Madrid gibt es Krabox-Shiny, in New York gibt es Pikulente-Shiny. Die werden da freigeschalten und die sind dann eigentlich auch zum Globalen, müssten die auch weltweit dann für alle verfügbar sein. Auch wenn ihr dort mit Ticket natürlich erhöhte Chancen habt auf die Shinies. So, das Fragezeichen war ja mal richtig gehypt. Jeder wollte das Fragezeichen haben, das gab es bisher einmalig beim allerersten Go-Fest in Chicago. Damals gab es Fragezeichen, nicht als Shiny, aber nochmal als Fragezeichen. Das war das, was immer gefehlt hat, was kaum jemand hatte. Jetzt ist es zurück, wahrscheinlich nicht beim Globalen, aber eben bei diesen drei Vor-Ort-Events in Sendai, Madrid, New York. Mehr möchte ich gar nicht über die drei Vor-Ort-Dinger sagen. Da gibt es ausführliche Berichte, da könnt ihr selber nachgucken auf dem Blog-Post. Aber wir wollen direkt vom Globalen einfach reden und dieses Video und auch meine Pläne, meine Ziele und vor allem wo wir das spielen werden, denn das steht jetzt auch schon fest. Gestern war der Alex, 27 Alex, 1992 schnell dabei, hat das Ticket für 14,99 Euro gekauft, verschenkt an mich. Dankeschön Alex dafür, das ist krass. Ich hätte das Event so oder so gespielt, auch ohne Ticket. Jetzt mit Ticket macht es natürlich nochmal mehr Sinn, denn mit Ticket hast du ja an beiden Tagen 18 Rate-Passe. Das Ticket kostet 15 Euro. Das sind 18 Euro Rate-Passe, die du kriegst, also das würde sich schon lohnen und der Rest natürlich dazu. Nachdem ich das aber hatte, wurde das Ticket unkäuflich gemacht. Du konntest es nicht mehr erwerben, weil es zu günstig in den Store gelegt wurde. Weil 14,99 Dollar heißt ja, in Euro sind das eigentlich immer mehr. Aber jetzt waren es 14,99 Euro und 14,99 Dollar. Das kann nicht sein, das war ein Fehler. Alex hat mir das geschickt. Ich habe das noch drin. Bei mir, ich habe es jetzt auch noch drin. Da haben wir wohl Glück gehabt, dass du es günstig verschenken konntest. Pupsi konnte sich das nicht kaufen. Mittlerweile kann sie es kaufen. Kostet jetzt 16,99 Euro oder 17,99 Euro, glaube ich sogar. Es ist also jetzt wieder drin. Ihr könnt es jetzt wieder erwerben, aber es ist jetzt eben teurer als gestern. Und dann gibt es hier eine fette Seite für das globale GoFest, wo ein bisschen aufgelistet ist, was uns am globalen GoFest erwarten wird. 13. und 14. Juli, das passt. Kann ich auch gleich dazu sagen, wir würden wahrscheinlich einfach wieder nach Gera fahren, weil beim letzten Mal, das hat so gut geklappt. Wir müssen ja auch immer gucken mit Jonas und so, wie das funktioniert. Das darf nicht so übelst weit weg sein. Es muss immer eine Toilette in der Nähe sein, Wickelraum. Man muss zwischendurch auch mal sitzen können, auch mal essen, das Kind versorgen. Wir brauchen Hotel, Unterkunft, alles. Das muss auch alles gut zu Fuß erreichbar sein. Bei der Sinotour, das ist gut geklappt. Mit Gera waren oft bei den Arkaden. Da konntest du kostenlos auf die Toilette. Wir hatten eine Unterkunft, die war in der Nähe. Die war auch super gut ausgestattet. Wir haben jetzt schon wieder was gebucht für 200 Euro, für zwei Nächte. Und da bin ich mit Pupsi und Jonas am Start auf jeden Fall. Schenaya und Thomas sind, denke ich, auch am Start. Mal gucken, ob Doreen, die hat, glaube ich, Interesse auch wieder dabei zu sein. Andrea ist vielleicht dabei. Der Silvio ist vielleicht dabei. Ich weiß nicht, wie es mit dem Hannes diesmal aussieht. Und natürlich dann auch Frage an euch, wo spielt ihr denn euer globales Go-Fest? Ich kann jetzt schon verkünden, wir werden an dem Wochenende in Gera sein und meistens am Marktplatz da rumhuschen. Wer also schon immer mal mich kennenlernen möchte oder auch mal Genaya, Thomas, Hannes oder sowas kennenlernen möchte, obwohl ich bei Hannes, wie gesagt, noch nicht weiß, wie es bei dem aussieht, und ihr nicht wisst, wo ihr hin sollt und vielleicht aus der Nähe kommt, dann lasst nach Gera kommen, lasst zusammen einfach das Go-Fest spielen. Wir spielen das nicht abnormal, brutal. Bei uns ist das eher chillig. Da wird auch viel mit dem Go Plus gemacht, weil wir trotzdem auch immer mal sitzen und mal zum Mittag speisen oder da mal uns umschauen und hin und her. Es soll Spaß machen, keiner soll einfach gestresst sein und es ist ein Kind dabei, muss eh ein bisschen, aber die Sinotour hat mega Spaß gemacht, deswegen werden wir das zum globalen Go-Fest jetzt auch wieder einfach nach Gera verfrachten. Unterkunft ist schon da, Thomas ist auch schon da, das ist das Wichtigste und sind wir mal gespannt, dann immer abends schön essen gehen, danach und zwischendurch einfach Spaß haben und gucken, was bei rumkommt. Ihr könnt euch mal vorlesen, was jetzt hier steht. Ein weltweites Abenteuer wartet auf euch, das größte Pokémon-Go-Event des Jahres steht vor der Tür. Nehmt zusammen mit Millionen von Trainern aus der ganzen Welt am Go-Fest-Global teil. Über 70 verschiedene Pokémon erscheinen während des Events, außerdem erwarten euch kostümierte Pokémon, Boni und vieles mehr. Webstore, eigentlich will ich das gar nicht vorlesen. Ich habe bisher noch nie was im Webstore gekauft, habe ich auch nicht vor, werde ich nie machen. Ich darf ja auch nichts kaufen und im Webstore kannst du ja wahrscheinlich auch nicht für andere kaufen. Das heißt, wenn mir mal eine Forschung geschenkt wird oder irgendwas, das machen die Leute ja immer direkt in-game. Und Webstore geht das glaube ich gar nicht, obwohl du da immer was mal günstiger kriegst oder noch was dazu. Jetzt auch hier. Wenn ihr euer Ticket über den Webstore kauft, bekommt ihr das Go-Fest 24 T-Shirt für euren Avatar in einer exklusiven Farbe. Habe ich nicht, weil mir wurde es ja in-game gegeben. Das T-Shirt haltet ihr genauso wie die Medaille kurz vor dem Pokémon Go Fest. Aber das hat nichts mit dem Webstore zu tun, die Medaille, die gibt es ja sowieso so. Besondere Funktion, wir haben jetzt auf jeden Fall ein schönes Bild. Eine geisterhafte Sichtung. Machadoff, Machado gibt sein weltweites Debüt in Pokémon Go. Nachdem das mysteriöse Pokémon Machado Auftritte in Sendai, Madrid und New York hingelegt hat, gibt es am ersten Tag des Go-Festes sein weltweites Debüt. Ticket-Inhaber können die exklusive Forschung abschließen, um mehr über das Dunkelwesen zu erfahren und ihm zu begegnen. Ihr könnt nur ein Machado fangen, auch wenn ihr die Forschung mehrmals erwerbt und abschließt. Wenn ihr bei einem Live-Event zum Go-Fest bereits eine Forschung erworben habt, da haltet ihr Machado Bonbons statt eines weiteren Machados als Belohnung. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel in Madrid, da fahrt ihr hin, da spielt ihr, ihr kriegt ein Machado und kriegt ihr zum globalen Go-Fest. Kein zweites, ihr kriegt dann einfach nur Bonbons. Das Ding sieht eigentlich cool aus, irgendwie gespenstisch, irgendwie düster, irgendwie seltsam. Kenne ich nicht, noch nie gesehen, kein Bezug. Kommt aber jetzt in einer Forschung, aber mit Ticket. Aber ich habe ja mein Ticket. Wenn wir mal hier weiterblättern, haben wir hier Ticket kaufen. Steht nochmal das dabei, also wenn ihr es im Webstore kauft, dass ihr dann ein T-Shirt kriegt für euren Avatar. Dann gibt es sowieso wieder das offizielle T-Shirt für das Go-Fest 24, was ihr sozusagen als Souvenir, als Merchandise bestellen könnt. Ich jetzt hier gerade habe zum Beispiel das T-Shirt an vom letztjährigen Go-Fest. Das hat mir Pupsi damals auch bestellt. Hier ist ein Megarei Quaser drauf, was hier rumfliegt. Die Farbe fand ich zwar jetzt nicht so cool, aber es war ein Geschenk. Sie hat zwei Stücke gekauft, bestellt. Eins habe ich ja dann verlost an die Zuschauer. Eins habe ich hier behalten, das habe ich jetzt gerade an. Wie das diesjährige aussieht, keine Ahnung, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Werdet ihr euch das T-Shirt holen? Schreibt es mal in die Kommentare. Frühbucher werden belohnt. Wenn ihr bis zum 6. Mai ein Ticket für das Globale kauft und zwischen dem 30. April und 6. Mai das Spiel startet, erhaltet ihr eine befristete Forschung, wo es ein passendes Avatar-Assessort gibt, und zwar die Sonnenkrone. Ganz ehrlich, das brauche ich jetzt auch nicht. Alle Trainer, die das Ticket bis zum 6. Juni kaufen und zwischen 30. April und 6. Juni das Spiel starten, erhalten eine befristete Forschung für ein weiteres Accessoire, die Mondkrone. Ja, das ist schon... Werd ich wahrscheinlich eh nicht dran, keine Ahnung. Ihr haltet also ebenfalls hier zwei befristete Forschungen. So, fertig, aber... Das ist Fotz, das brauchst du nicht, gehst du weiter. Hallo Miniras, alle Teilnehmer, die Teilnehmer des Go-Faces global, können mit etwas Glück erstmals schillerndes Miniras in Pokémon GO begegnen. Jetzt ist das komisch, denn bei den anderen vor Ort-Events ist zwar Miniras auch angezeigt als Encounter, da ist aber kein Shiny-Symbol dran. Das heißt, wirklich erst ab dem globalen Fest wird das freigeschalten. Miniras ist auf jeden Fall ein seltenes Pokémon, hat ein gelbes Herz auf dem Kopf, okay. Ich finde es halt so süß, okay, aber die Entwicklungen finde ich absolut hässlich. Ich glaube, damit macht man auch nicht wirklich was, finde ich unbrauchbar. Also, ja, aber das ist halt das Pokémon, worum sich dann hier alles dreht. Dann habt ihr natürlich Samstag, Sonntag. Es sind ja eh zwei Tage. Folgende Vorteile. Egal, ob ihr ein Ticket habt oder nicht. Besondere wilde Pokémon erscheinen. Wie immer gibt es stündlich also die wechselnden Habitate. Das heißt, vier Habitate, vier Stunden und dann wieder von Anfang an die Habitate, dass ihr diese Spawns habt. Im Habitat Dämmerwiese gibt es Taubsee, Pikachu mit Sonnenkrone, Huthut, Hopsprosz, Girafarig, Wingull, Serpifoi, Waumball, Pikulende, Kastatur, Milza, Galaflunschlik, Funifras, Iskala und weitere Pokémon. Taubsee, sehr begehrt. Pikachu mit Sonnenkrone müsste ja neu sein dann für die Sammler. Dann haben wir Pikulende, müsste dann neu sein als Shiny, okay. Milza ist auch immer sehr beliebt, Galaflunschlik nutzen viele in der GBL. Ansonsten, ja, mein Ziel wäre Pikachu gewesen, aber momentan habe ich keine Ziele. Mir ist das doch alles wurscht, so. Habitat, strahlender Tag. Glumanda, Dratini, Sonnenkern, Dummisel, Hisuis, Nibel, Sonnenfell, Knospi, Iguana, Balgoras, Dedenne, Mangunio, Imandis, Miniras. Das muss ich sagen, gefällt mir jetzt schon besser. Glumanda, für Mega Glurak, Bonbons sammeln, alles. Dratini, Glurak, äh, Tragoran, genau. Tragoran, Bonbons sammeln, Shiny sammeln, auch richtig cool. Hisuis, Nibel ist sehr beliebt, auch ein starkes Pokémon, sage ich mal. Ähm, Balgoras, auch richtig fett, sieht das Shiny auch richtig toll aus, auch ein guter Gesteinsangreifer. Dedenne, gibt es schon als Shiny, ist da wahrscheinlich, naja, ihr Liebling natürlich. Miniras steht hier dabei, das ja auch eben neu als Shiny. Also ich finde hier mehr Sachen interessant als bei der Dämmerwiese, strahlender Tag, wäre also mein Habitat. Habitat, schleichende Dämmerung, Pikachu mit Mondkrone. Das andere die Sonnenkrone, das ist die Mondkrone. Dann habt ihr Evoli, Weberak, Wolbit, Ilumise, Kaumalad. Toxiped, Emolga, Lichtel, Golbit, Vermicula, Psyau, Paragoni, Mabula. Pikachu für die Sammler, also für die Shiny Jäger, Kaumalad, wegen Bonbons, Emolga neu als Shiny. Lichtel, wegen den Bonbons, Golbit. Krypto-Golbit ist eigentlich auch ein guter Bodenangreifer. Aber Paragoni in der GBL wird viel genutzt, ne. Auch interessant, bisher Dämmerwiese, wahrscheinlich also das schwächste Habitat. Und wir haben noch Habitat, dunkelste Nacht. Alola, Radfratz, Gorkla, Sneebel, Teddyursa, Hydropi, Kanivania, Lunastein, Capuno, Pidora, Amarino, Rokara, Grabox, Bubungus. So, Sneebel, okay, Hydropi, okay. Äh, Capuno, sehr cool. Rokara für GBL, geiern die Leute ja immer drauf. Grabox, auch dann als neues Shiny natürlich ja da. Die Pokémon, die jetzt mehr Staub geben, die habe ich eh mal nicht alle im Kopf. Bubungus gehört da, glaube ich, dazu. Aber, ja, also irgendwie ist überall was Neues dabei. Aber Dämmerwiese mit dem Pikachu, das holt mich jetzt nicht ab. Gut, da ist noch Pikulende dabei, aber ist für mich immer noch das schwächste Habitat. Verbessert euer Go-Fast-Spielerlebnis. Näh, gehen wir weiter runter, gucken wir uns den Sonntag an. Am Sonntag gibt es dann nicht diese stündlichen Habitade. Da habt ihr halt alles, alle Pokémon, alle Sachen, die es am Vorteil gab, gibt es dann eben wieder nochmal. Alle wilden Pokémon, die am ersten Tag des Events erschienen sind, erscheinen auch am Tag danach. Am zweiten Tag des Events gibt es außerdem keine wechselnden Habitatstunden, weshalb diese Pokémon jederzeit erscheinen können. Hier ist Marakamba drauf, hier ist Galük drauf. Das hat wieder jetzt was mit den anderen Festen zu tun, oder was? Nee, denn jetzt müsste er noch kommen. Das sind die Boni und Inhalte immer noch ohne Ticket. Ihr müsst ja auch gucken, was ist mit Ticket. Boni sowieso, wenn ihr kein Ticket habt, habt ihr trotzdem einstündige Lokmodule, Feldforschungen zu den verschiedenen Habitate und überraschende Begegnungen beim Go-Schnapp-Schuss. So, das ist das offizielle Shirt und jetzt habt ihr exklusiv. Für die Ticket-Inhaber, worunter ich ja jetzt nur auch zähle, die Spezialforschung rund um Machado. Sieht jetzt hier sogar noch cooler aus, vor allem weil das hier so eine schwarze Spur hinter sich herzieht. Finde ich mega genial. Arena der globalen Herausforderung. Da ist ja auch wieder so, dass man zum Beispiel eine Million Pokémon fangen muss. Und je schneller man das macht, desto länger ist dann der Boni aktiv, dass du halt mehr Bonbons kriegst, mehr EP, mehr Staub. Immer für die eine Stunde, die gerade läuft und in der nächsten Stunde habt ihr wieder eine andere Herausforderung. Wenn ihr die in 10 Minuten fertig habt, habt ihr 50 Minuten dann besonderen Boni. Das kennt man ja aus den vergangenen Go-Festen. Rauchbegegnungen. Wenn ihr ein Ticket gekauft habt, erscheinen die folgenden Pokémon häufiger, wenn ihr während des Events Rauch verwendet. In der Dämmerwiese gibt es Ikognitos. A, D, G, H, I, N, T, Y und Maracamba. Wer noch kein Maracamba hat, kann sich hier also eins sichern. Dann in Strahlender Tag müssten die Ikognitos, sind glaube ich immer gleich. Und es gibt Corazon, auch als Shiny verfügbar. Maracamba gibt es nicht als Shiny. Bei Schleichender Dämmerung habt ihr dann Wuffels, natürlich auch als Shiny verfügbar. Und in Dunkelste Nacht habt ihr Skalük. Da ist wahrscheinlich das Interessanteste immer noch Corazon hier, weil es eben auch Shiny sein kann. Oder Maracamba, weil Wuffels, ja, Skalük, die kriegst du ja jederzeit. Die anderen sind ja trotzdem regional angesiedelt. Exklusive Boni für Ticket-Inhaber. Erhöhte Chance auf schillernde Pokémon. Ohne Ticket, also keine erhöhte Chance auf Shinies. Bis zu sechs Spezialtausche pro Tag. Besondere sieben Kilometer-Eier. Bis zu neun zusätzliche kostenlose Raid-Pässe von Arren. Das aber auch pro Tag, also am Samstag und am Sonntag. Also 18 Raid-Pässe. Schließt Sammler-Herausforderungen rund um die Habitate ab, um Fortschritt bei der Top-Sammler-Medaille zu machen. Oh, ich fand das schon immer mies. Weil du hast halt wirklich immer tausend Sachen gleichzeitig. Da hast du diese Forschung, da hast du diese Aufgaben. Da hast du diese Sammler-Herausforderungen. Dann hast du für jedes Habitat was. Dann musst du immer zu gucken, eins fehlt noch. In der Zeit eigentlich wolltest du auf Shiny-Jagd gehen, aber da machen die schon wieder einen Raid. Also das ist immer brutal. Deswegen finde ich Safari-Zone gemütlicher. Weil da hast du einfach acht Stunden durchweg gehen die gleichen Spawns. Und chillst einfach das Pokémon, was du magst. Fängst du einfach dann am meisten. Details folgen. Es werden also noch mehr Infos bekannt gegeben in nächster Zeit. Hier stehen nochmal auch die Ticketpreise, wie man die Tickets dann erwerben kann. Also was sagt ihr dazu? Was ist euer Highlight? Was ist euer Ziel? Ich, wie gesagt, habe eigentlich gar kein Ziel. Ich freue mich auf die Spezialforschung, weil ich das Maschado... Wo ist es denn jetzt hin? Hier, das finde ich cool. Das sieht gut aus. Ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Ich gucke, was kommt. Wenn nichts kommt, ist egal. Ich freue mich auf die Leute, mit denen man dann wieder unterwegs sein kann. Einfach mal rauskommen. Mal woanders sein. Dann müsste das Wetter hoffentlich. Passt das auch. Ist ja dann wärmer. Jetzt hat es gepasst, als wir in Gera waren. Dann passt es hoffentlich auch. Ich freue mich auf das Essen, das Trinken, die Gesellschaft, das Zusammensein und das einfach gemeinsam erleben. Unabhängig von der Ausbeute. Und ein paar Sachen, die ich habe, wenn die kein anderer hat, kann man ja dann wieder vertauschen, weil die Leute... Glücksfreunde, Shinies und so weiter, die unendliche Geschichte. Ich weiß jetzt schon immer nicht, wenn ich Glücksfreund bin, was ich überhaupt nehmen soll von jemand anderem, weil ich ja eigentlich nichts mehr brauche. Ich bin gerade auf Urpark, ich suche nach dem Hunderter. Einfach so, weil ich das Dialga ja habe von der Sinotour und denke, wenn die beide Hunderter sind, das sieht gut aus. Aber ja, machen kann ich damit auch nichts. So, das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt ihr schon Pläne für das globale Go-Fest? Oder werdet ihr sogar eins der Vor-Ort-Go-Feste besuchen? Madrid, Spanien. Das ist ja jetzt hier um die Ecke. Nicht wie die zwei anderen Städte. Geht ihr da hin? Die Hardcore-Spieler, die sind wahrscheinlich eh wieder dort am Start. Die gehen ja einfach immer überall hin. Da denke ich gerade wieder an Julchen. Julchen ist bestimmt da. Julchen ist immer überall. Und ansonsten, wo werdet ihr euer Go-Fest, das globale Erleben spielen? Gibt es jemanden, der noch Bock hat, in Gera zu spielen, zusammen zu spielen mit uns, mit Genaya, Thomas, Sandra, Ramse? Dann, ja, nehmt Kontakt auf. Schreibt sie in die Kommentare. Wir haben da eine WhatsApp-Gruppe. Da sind die alle drin. Da planen wir das immer alles. Da verabreden wir uns dann. Dann könnt ihr da noch mit reinkommen. Vielleicht ist ja ein Lennart am Start oder so. Na, bei denen klappt es meistens nicht. Wer da also Bock hat, schreibt es rein. Dann können wir bestimmt irgendwas Cooles starten. Sonst war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und über die Raids von Sonntag stand hier jetzt noch nichts. Ist noch nichts bekannt. Da muss auch noch was kommen. Ihr hört uns. Bis zum nächsten Mal.